Hey Leute, hier sind wir jetzt bei der Auflösung von meinem Equinox Gif-Away. Bevor wir das Ganze auflösen, möchte ich mich wirklich bei jedem bedanken, der mitgemacht hat, weil die Teilnahme, die ich dieses Mal hatte, sowas hatte ich bis jetzt noch nie gehabt und ich finde es einfach großartig, wie viele Leute sich an diesem Gif-Away beteiligt haben. Vor allen Dingen möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die noch ein Follow auf Twitch dagelassen haben und ein noch viel, viel, viel größeres Dank an all die Leute, die einen Subscribe dagelassen haben, weil die mich dadurch wirklich direkt unterstützen. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das bedeutet mir wirklich viel und hilft mir ungemein, auch in Zukunft noch tolle Sachen für euch machen zu können. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ihr seht es gerade, das Gif-Away habe ich schon geschlossen, weil das Video mache ich jetzt etwas später, aber ich habe es halt zur richtigen Uhrzeit geschlossen gehabt und der Gewinner ist, so, wie ging das nochmal gerade, auf Manage. Dann, das war ich letzte Woche und der neue Gewinner ist Midcase. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt das höchste Equinox Prime Pack gewonnen. Falls du deinen Preis gerne einlösen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du hier auf Twitch in den Chat gehst, dann slash W meinen Namen eintippst und mich dann anwisperst und am besten einfach deine Konsole, ja, deine Konsole nennst und deinen Ingame-Namen. Ich kann mich jetzt selbst nicht anwispern, aber es ist wirklich super, super easy und du hast auch eine Woche dafür Zeit bis zum 17.04. und falls du es in der Zeit nicht schaffen solltest, werde ich einen neuen Gewinner ziehen. Also, ich bedanke mich nochmal bei wirklich allen, die mich unterstützt haben, bei allen, die einen Follower dagelassen haben, bei allen, die mitgemacht haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich versuche, so Dinge auch in Zukunft noch viel für euch zu machen. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch.